So, jetzt geht's weiter. Ja. Na, hilft das? Reicht das? Ja. Konfirmat wissen wir davor. Na, müssen wir noch mal ne Runde drehen, ja? Sind da zufälligerweise Dixikos im Weg? Nein, zufällig nichts, was im Weg ist, entscheide ich. Boah, ha, ha. Hm, reicht. Knarrisieren. Boah, alter, das wird geil. So, bevor wir die nächste Stufe machen, leider, leider, Wartung, Wartung, Wartung. Es geht nicht anders, wir brauchen Kohle. Ja, 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 ja. Was müssen wir hier machen? Müllbeutel entsorgen, ja. Ja, gut, es muss zwischendurch immer wieder sein. Aber ich will ja ein bisschen Kohle verdienen. Wo ist denn der? Ähm, ja. Müllbeutel entsorgen. Wohin? Dahin. Ja. Das wird alles immer größer und größer. Ich freue mich schon aufs 18er. Das habe ich auch schon als Nachfolgerding. Wollte ich mit Syrenkorb spielen, aber das hat sich irgendwie zerschlagen. Ne, jetzt dazu irgendwann mal. Wir arbeiten ungefähr gleich und dann kriegen wir selten Termine und wenn da was dazwischen kommt, dann fällt es halt eben aus und es ist auf Dauer nichts, was funktioniert. Und deswegen können wir es so nicht mehr weitermachen. Aber wir haben fast nie gemeinsam Zeit. Und ich will ja schon ein bisschen was liefern. Das ist es. Ich habe jetzt den Dings verloren. Wo ist er denn? Hier? Sag mal. Hallo? Bin ich blöd? Ah, da. Falsche Seite. Das ist typisch. Natürlich. Natürlich. Und dann gibt es hier wieder. Ja, ja. Das bringt nicht viel, aber es bringt Kohle. Ja. Zack. Immobilien. Jawohl. Das lassen wir mal jemanden machen. Kann der das? Aha. Gut. Mal gucken. Zack. Das geht nicht. Da will ich es hin. Jawohl. Was darf ich da machen? Hallo? Oh, da steht noch was von mir. Ich bin da so am Strebergarten angekommen. Da. Wer hätte das gedacht? Das ist wieder die Suche nach den Beuteln. Warum kommt denn da eigentlich keine Musik, wenn ich das mache? Ah, da ist sie. Hallo? Ah, das ist... Ich sehe es nie. So. So, nö, nö, nö. Ja, es wird langsam besser mit der Orientierung. Es sind auch immer wieder die guten Übungen mit den Müllsäcken rumzulaufen. Das sage ich jetzt nur, damit es irgendwie klaufe ich wirkt. Das war natürlich Quatsch. So, jetzt sind wir jetzt halt, ja, ja, ich weiß. Babam, babam, bitte. Bitte. Ja. Links vier, Protokoll. Aha, alles da, er meint vier Minuten. So, äh, üblich, gut, egal. Zack, okay, nein, ah, yeah. Ja, das ist jetzt was anderes, oder? Nicht wirklich. Lalalala, egal, Hauptsache es bringt Kohle. Kohle, 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 Entschuldigung. Ich dachte erst, es wäre keiner, es wäre was anderes, weil er ein bisschen andere Textur hatte. Ich dachte, äh, Komposteimer, was ist los? Ja, nicht mit dem Holzhammer, mit dem Hammer machen, weil... Ich finde das Spiel entspannend. Ja, wohl, wenn wir mal hochgucken, geht's. Hm. Ich finde das Spiel entspannend. Es ist wirklich keine Ausgeburt der Spielekunst, aber es kostet irgendwie drei Euro und es ist jede Menge Spielspaß, finde ich. Ah, das geht nicht mal mit hochgucken. Ah. Lass uns da mal mit hochgucken, geht's. Man muss ein bisschen muggeln. Jetzt machen wir nochmal die Müllsine. Boah. Wo ist der Müllsack? Hinterm Holzhaus ist der Müllsack. Hinterm Holzhaus ist der Müllsack. Der Müllsack. Ja. Und? Wie sieht's jetzt aus? Hat er's geschafft schon? Ah, noch zwei Minuten oder so. Holzgebäude. Aha. Das ist wieder was anderes. Genau. Wir sind angekommen an Holzhaus. Ich bin angekommen bei Krammatik. Ja. Was ist es? Ah, Nägel. Ich hab schon das Richtige in der Hand. Ja. Warum muss ich die eigentlich so oft verstärken? Gehen die dann irgendwie raus? Bom, der Shooter King. Und? Andere Seite, gell? Ja. Die schmalen Seiten brauchen keine Nägel. Ist ja klar. Wegen der Statik. Hm? Wisst ihr? Wisst ihr? Hier. Dieses Geräusch. Geil. Aufgaben erledigt. Das heißt auch, dass ich auf jedem ersten Wartungsauftrag immer mal den Arbeiter hinschick. So. Wie sieht's jetzt aus? Also. Das ist fast fertig. Da können wir hin. Auf der Karte anzeigen. Oh je. Ich hasse es jetzt schon. Ja. So. Was sollen wir machen? Äh. Lieferziegel. Ja genau. Also. Aufgabe. Aha. Warum? Ziegelfabrik. Ja, ja. Aha. Da brauche ich aber auch noch was, oder? Was brauche ich? Moment. Ja. Nein. Fünf. Wo ist denn da? Wo genau? Ist denn da das Geschäft? Where can I buy it? Und wo kommt dieses Pip her? Hallo? Na, wo kaufe ich die? Hier? Nein, hier ist eine Alpha Wand. Ich bin auch an der Ziegelfabrik, oder? Was ist das? Ach Gott. Ne, ne? Die 15 Schutzhelme. Das ist so ein verstecktes Archivement. Das habe ich irgendwo mal in einem Video gesehen, dass es das gibt. Es sind 15 Stück und ich werde sie nicht alle finden. Aber Frage ist doch. Wie ich die kaufe? Da muss ich die einfach nur... Kann ich die einfach so mitnehmen? Einfach so? Sind die umsonst? Das wäre mit dem Kompaktlader. Und mit dem Tieflader, oder? Sehr schön. Bevor die hier einen Herzinfarkt kriegen. Oh. Erstmal den... Brauchen wir dann an. Ah ja, genau. Super. Den gehen wir erstmal da hin. Dann gehen wir damit der Verkehr weiter geht. Dann gehen wir mit dem hier, der plötzlich mitten in der Pumpe stand. Fahren wir genau da drauf? Ja, wir haben es verstanden. Oh ja. Mhm. Okay. Okay. Ach so. Oh, ich musste gar nicht laden. Und jetzt, wo muss ich hin? Boah, das war das, ja. Moment. Erst wieder gerade machen. Und dann. Nee, rückwärts kann ich das nicht. Kann ich da irgendwie drehen jetzt? Ja, so geht's. Oh ja. Ich muss sie abladen. Geil. Männlich. Die Roboter wieder. Ja, die Roboter sind super. Besser als ein Computer. Ich glaube, ich baue mir. Roboterarmee. Das hat mir grob so Spaß gemacht. Aber er war genervt. Und ich finde es entspannend. Das heißt, wow. Upsa. Echt? Ich darf hier einfach? Ja. Und jetzt? Aha. Ah, gut. Und jetzt? Aha. Ach, das steht schon da. Und jetzt muss ich was denn? Liefere Ziegel. Erst mal gucken, was brauche ich dafür? Jetzt brauche ich den Kompakt... Moment. Kompaktlader mit Aufzug. Genau, das kennen wir ja. Wo ist der Parkplatz? Das heißt, der hier. Aha, ich verdiene Geld. Ich glaube, das Parkschild hätte das nicht so sehr... Siehste? Kann man auch so machen. So. Nein, ich spiele das immer noch ernst. Aber es ist da sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen? Das vergibt solche Sachen relativ gut. Ah ja, der hat es auch geschafft. Sehr gut. Nein. Fahrzeuge. Kompaktlader. Aufzug. Ausrüsten. Diesmal ist richtig. Da ist er. Haha. Das kann ich gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ja, komm. Fahren wir einfach auf den Seitenstreifen. Ähm. Sorry. Ähm. Ja, sehr gut. Fangen wir wie immer hinten an. Die anderen, die auch immer das ist, haben die deshalb schon super gearbeitet. Hier, hopp. Einfach nur, weil ich es so toll eingefüllt habe. Wir fangen immer hinten an. Aha. Irgendwann ramme ich die Dixie los. Ich weiß es jetzt schon. Äh, ja. Ach Leute, ich bin nicht so schlau. Ja, das muss man nicht so genau machen bei dem. Oder man muss es nicht so genau machen. Und ich habe einfach bei den anderen Sachen so ein bisschen Kopfprobleme. Vielleicht kann man da auch rüberfahren, ich bin mir nicht sicher. Ah, ja, okay. Das Fundament. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja. 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 So, die drei mache ich noch Auch noch in dieser Folge Auch wenn ich ihn knapp überziehe Aber den Auftrag da Tatsächlich Ja, das ist eher Weniger genau Upsa Na, verkantet? Egal Das ist die Bodenwelle Und schon geht's Bevor die Musik jetzt zu Die ruhig wird, ne? Ja Ich will auch so ein Feld Das grün wird bei den anderen Aufgaben Das ist viel einfacher Egal Und jetzt Und wie soll das gehen? Und wie? Oh Okay Aha, mit der Säge Ja, nee Es ist richtig, ja Ich mache das immer Mit der Säge Aufgabe erledigt, Enter Aha So, finalisieren Ja Und, wie viele Punkte? Siehst du das? Ich glaube, ich bin eine Stufe aufgestiegen Ich bin eine Stufe aufgestiegen, oder? Oder? Ich muss irgendwie drüber Egal Nächste Folge, oder? Jawohl, ja Ich bin eine Stufe aufgestiegen